Wenn die Zeit ihre Spuren hinterlässt, was brauchen wir, um uns schön und selbstbewusst zu füllen? Keine Diamanten oder Perlen. Wahre Schönheit kommt von innen. 1949 hat mein Großvater Dr. Eckstein ein Unternehmen für hochwertige Hautpflege auf natürlicher Basis gegründet. Damit wollte er das Selbstbewusstsein der Frau stärken, um sich schön zu fühlen und dies auch ausstrahlen. Für jedes Alter jederzeit Dr. Eckstein Biokosmetik – Simply Timeless. Untertitelung des ZDF für funk, 2017